Es ist doch eine Welt mit jeder Menge Jahreszeiten, könnte man an dieser Stelle einbinden. Hier finden wir durchaus auch Winter, wo man ihn niemals vermutet hätte. Ein Übermaß an Winter, der sich mal als Sommer aufspielt, wo es ihm nicht zukommt, mal als Herbst. Nie können wir dem trauen, aber das Licht ist weg, so viel ist klar. Jede Menge Jahreszeiten finden wir platziert in den einzelnen Szenen, aber leider ohne Übergänge. Ganz ohne das gemäßigte Klima, das man uns versprochen hat vor 30 Jahren nach der Wende. Das neue blockfreie Zeitalter, das so verheißungsvolle... Nicht aber, dass wir den Österreicherinnen und Österreichern ein zuverlässiger Partner bleiben. Und, dass wir sichere, komfortable Autos von höchster Qualität mit einem Top... Halb drinnen, halb draußen, jenseits der Abbrüder zwischen Bind, Kompositions... Der Mann vom Forsterböden, der hat in der Schulter ein Bünder gewöhnt. In Lenzwohnen läuft der Kassi Haverer, in Ufertrüben so gut der Kärnpaderer. In Lenzwohnen schon viel berühmt die Leid, aber wohl wollen wir gerade Zeit für Zeit. Die kennen alle, die Schaden hochkennen, gegen ein paar Fahrzeuge Radfahrerinnen. Im Sommer damals im Toner Backdorf, da hab ich bei der Pfund, ich kenn's der Lokal, der noch was. Wer war's, wer war's, wer wollte der Frauhut? Wer war's, wer war's, wer wollte der Frauhut? Wer war's, wer war's, wer wollte der Frauhut? Was war das denn, ey, die Flänz, Kulturhauptstadt? Da war's, was... ...I don't want to stay. Radio Arabella Radio Arabella Radio Arabella Ich komme aus der Pfarrkirche Maria Lanzk kilometres mit dem Lobpreis Gottesdienst. Maria Lanzk 하면 die sind in der Nähe von Villach in Kärnten. Mit einfach guter Musik in den Sonntagnachmittag, es ist gleich 16.30 Uhr und bei der Formel 1, beim Formel 1 Grand Prix von Ungarn ist jetzt schon Schlussphase. Louis Hamilton, naja, mich... ...Ausstelle am Knoten-Kaisermühl. Achten Sie bitte generell auf Ihre Geschwindigkeit, jetzt ganz besonders auf der A1 der Westautobahn Richtung Salzburg. B. ...Pöluton Györtelek ártkirési szakaszán a 28-as km. Es hat ein 46-jähriger mit seiner Faust den Loch in eine Wand geschlagen. Untertitelung des ZDF, 2020